hallo renona und auch hallo luna jetzt erstmal richtig hallo war jetzt alles ein bisschen ach das ist ja gut okay ich verstehe ja 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 wo bin ich denn da gelandet das war eine dumme idee gerade mal einen schlag gemacht und stoffen der menschen wieder auf 1000 viel spaß viel spaß wir machen eigentlich immer nur kraft oder warte nein sie mal passt rum das ist eine inni in final fantasy 14 also dann schon habt ihr schon drin was ist ein inni inni ist ein dungeon inhaltssuche in ein inhalt in einem spiel also content könnte man sagen instanz ich kam nicht auf das wort ich war die ganze zeit nur inhalt dafür ist relativ oft inhalt gesagt ja ich weiß inhalt wir brauchen mehr inhalte alter ein wir brauchen mehr content wir brauchen mehr content das ist nicht euer ernst inhalt instanz alles dasselbe ja deswegen ich kam nicht auf instanz obwohl ich das in fiesta so oft sage ja in fiesta und dann heißt es auch instanz oder in irgendeinem anderen auch noch verabschiedet ja aber in manchen heißt es halt ja wirklich so wo ist man da sagt man da müssen nach da oben ich habe mir das erst bei 14 angewöhnt muss ich sagen grüne neune einfach mehr schwung nicht so viel schwung ich bin komplett rüber gesprungen ich werde ausgekackt ist ausgekackt ja das hört sich ja egal das will nichts nicht so ein bisschen weniger könnte man sogar ein hole in one schaffen ja geschafft könnte man jetzt muss ich mal wieder auf wieder auf zehn runterschmeißen und guck mal wieder schon so eine app ich verstehe eine app ist das keine map das ist eine app geschafft geschafft holen zu oder birdie oder das ist nicht alleine da darf man nicht rein wo darf man nicht rein wo darf man was nicht rein den schornstein da solltest du vielleicht nicht ja aber da ist ein ding damit man mit das netz drin welcher chance war das mit drin ich gehe den normalen weg das ist ein netz wo du hast dich zurücksetzt das ist ja voll einfach wenn man den normalen weg geht warum gehe ich denn den komplizierten immer schwerer machen muss als es nötig ist deswegen deswegen sechs punkte das mal mit links wo müssen wir hin wo müssen wir über das über den fricking teich wieso ist das zauber nicht mehr drin ja aber auch beim dritten loch abgemeldet frage an zu weit muss man hin muss über den wirklich da ganz rüber da braucht man mehr schwung ich werde ich werde es auf 20 erhöhen in dein ding wer wird muss dahin okay ich sehe immer noch zu wenig jetzt meinst du zaubernd wie hast du das gemacht ich habe irgendwie ich habe es auch geschafft bei mir sieht so gut aus ich habe das gefühl ich das geht in die hose okay das ist richtig hallo hallo warte kurz ich muss meinen schlägergeschwindigkeit wieder runter machen lass mich da liegen frisch ist du bist ja immer noch am anfang gar nichts gemacht das war ein bisschen glaube ich das war zu man schnell wo ist frisch auch da ist frisch ist da kommt er gerade angeflogen ja er wurde ich gerade sagen er kommt angeflogen in einem kraftfeld he believed he can fly und he believed he can touch the sky and everybody is night and day and he spread his wings and flow away brody 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 what you doing brody das wird in der dauer schleife und dann wird ihnen irgendwann die zeit ausgehen ne schafft doch die juli in acht schlägen meine damen und herren fünftes loch fünftes loch fünftes loch wieder ein mach das ist das okay noch das ist ein okayes loch finde ich und eingeloggt mit zwei schlägen so knapp vorbei das ist aber kurz ja das ist achtung nicht in die ja 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 schläpp mich am arsch der ist frisch geduscht ich passe trotzdem weiterhin und es ist es drinnen nach drei schlägen digi ist immer noch beim schlagen das geht an idaria diese runde aber sehen wir sind noch nicht mal zur hälfte vorbei ich wollte gerade sagen es ist noch nicht vorbei bei hier noch nicht mal zur hälfte in übrigens steht hier in weiners bewähr also wenn ihr zu empfindlich seid solltet ihr die runde vielleicht aufhören das steht hier die web heißt weiners bewähr also weiche ist das eis oder was ist das für der textur okay unser links oder rechts gott schack u 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 gott schack was warten wir denn noch auf sie dass ich drin bin ich bin heute mal ein bisschen la samurai mit japan flagge und samurai helden konnichiwa guck mal okay das könnte entweder du hast mich ja selber weggekickt indem du ja gestern hast super ey toll so schnell bist du jetzt auch nicht ach komm schon krimi noten äh krimi noten für die titelmusik von krimis nein eigentlich nicht auf jeden Fall ist das nicht ansteckend das ist gut okay das wird wieder ein langer oh jeez louise da muss ich wieder den druck erhöhen super ey hoi und geschafft bei die ist lustiger wieso werde ich wieso und und mir ist im griff battery Die ist im Wasser. Ja, ich auch gleich. Hui! Ja, Aschbombe! Habe ich vorhin gemacht, das war toll. Ja. In unserem Pool? Ja. Naja, wo sonst? Wunder, gut. Vielleicht ein Pool von jemand anderem. Röpbart, See, Meer. Nee, wir hatten so einen kleinen Poolstream. Was? Nein. Pool, was? Nein, ignoriere es. Okay, ja, das wäre seltsam. Ich hatte meinen Boratanzug an. Nein, hattest du nicht. Gut zu wissen. So, komm schon. Ansonsten wäre Daddl der Erste, der davon wüsste. Jau! Schön. Wieso wüsste Daddl als Erstes davon? Weil Daddl darauf wartet, dass Kaya und Frischlöss einen Poolstream machen im Boratanzug. Äh. Du hast zum Glück gehabt. view heißt view. Was denkst du? Sie sind recht ansprechend. Das ist schön, aber nicht für mich, nein. Bisschen behaart, aber ansprechend. Ganz schön. Behaart, aber hart. Äh, weich. Hart, aber herzlich. Behart, aber herzlich. Ihr müsst da oben in irgendein Loch auf der anderen Ja, ich seh das Ja, du bist genau da, wo du nicht hin sollst Und dann werdet ihr eigentlich fast Ja, na gut, fast Fast ins Loch Ich bin beim Loch Eingelockt Boogie Ja, schuldig Das macht halt auch den richtigen Weg Kaia kriegst du mal wieder nicht hin Mit Gefühl Als würdest du deine eigene Schwester küssen Ich will meine Schwester nicht küssen Ja, zum letzten Mal Niemand will seine Schwester küssen Na doch, ich schon Ich schon Ich mag sie schon Das ist Yoda Nein Das ist nicht Yoda Das ist vielleicht Ich weiß gar nicht, was das sein soll Peri-Jode Peri-Peri-Jode Weiß ich nicht Jetzt mal das soll irgendwie Thor sein Ich gehe jetzt einfach von aus Oh, da habe ich noch den Dreistigen So knapp drauf aufgefallen Irgendein random Dude Vielleicht ist das ja Wie ist der Typ nochmal, der ohne Zahn fliegt Wie man ein Ja Ja, wie heißt der denn nochmal Äh, Hicks Stimmt Hicks Das ist Hicks als Erwachsener Weil er so toll war Baby Yoda Baby Baby Yoda Wow Hallo Hi Egil Oh, der hat mich da angestoßen Das war super Hey Daria Was? Ne Ich, äh Also ich habe mir nicht Also ich, hä Ich bin auf eine Mauer gelandet Ich bin über euch alle Ich bin über euch alle rüber geflogen Und bin auf einer Mauer gelandet Ich bin gesprungen in dem Moment Ich bin in dem Moment gesprungen So Und dann hast du mich erwischt War super Dadurch habe ich Hole in one Super Hat sie in den Eisfalt erwischt So Okay, das sieht interessant aus Oh, wir müssen springen Oh Gott Ja Oder sich Oder einfach nicht so doll Ja, oder das Das trifft es eher Eine Wippe Eine Wippe ist das Was Summer Eine Wippe Was denn? Komm schon, das ist nicht dein Ernst, ey Ach, komm schon, zu weit Egal Slow and steady wins the race Heißt das ja so schön Richtig, wieso kommst du eigentlich immer von irgendeiner anderen Seite wie alle anderen? Weiß ich nicht Nein, ich bin zu schwach Wie kann das denn sein? Komm schon, komm schon Geh in die andere Richtung Geh in die andere Richtung Gut Sehr schön Nicht ganz so schön Aber hey Weee Durch dies Rohr Nein Och, schläpp mich Nein, danke Das wär so toll gewesen Oh, das Ja, okay Vergiss das Bye, bye Hey, Schiete Anführungszeichen Nein Ich würd dich cheaten, wenn man drüber springst Wenn Spring aktiviert ist Liebe die Koks Okay Sherry, Sherry, Lady Ne, das ist was anderes Ah, ist das das, was du meintest? Ja, das ist das Original Und da musst du da mal gucken, was der Rab daraus gemacht hat Ja, sehr geil Muss ich mir mal anschauen, ey Ja, mach in Ruhe dann Ich werd angerufen Das ist doof Keine Zeit Nee Wurde ich gerade auf Okay, das ist interessant Ähm Wir müssen auf jeden Fall nicht springen So, wie kann ich nochmal sagen Ah, okay, ich verstehe Und das war zu wenig Ups Sorry Danke hat mir sogar geholfen Scheiße, das tut mir natürlich nicht leid Okay, das kann ich verstehen Und in drei Schlägen eingelocht Oh, das kann man davon, wenn man hilft Entschuldige, ich kann dir Ich kann nichts dafür, dass du's Ich erkunde die, man Ich kann dir nicht helfen Mir ist halt nicht mehr zu helfen Huch, du rollst Das würde ich nicht mehr sagen Jo, das ist immer noch mein erster Schlag Was? Echt? Äh, okay Bist du dich schon eingelocht? Oh nee, warte, du bist da Also ich bin eingelocht Ich bin auch eingelocht Und da hinten Aber im Übrigen Coole Wettereffekte da hinten Alter, wie kann ein Schleck mich fett Kann ein Hund so schnarchen? Ist ja nie wahr, ey Ich bin kein Hund Wie nennst du mich? Ja, es liegt Die hat so ein bisschen komisch Eingerollte Nase im Kissen Ich glaub, deswegen schnarcht sie grad so ein bisschen Das ist dein Schalldämpfer Ja Das ist das Gleiche Ja, teilweise Klischee Teilweise stimmt's Ja, ich hab gehört Das stimmt auf jeden Fall nicht so Wie es dargestellt wird Aber Schalldämpfer im Film So extrem nicht, nein Schalldämpfer im Film Im Allgemeinen Großenteils Oh, ich war perfekt Kommt halt so ein bisschen auf die Muni an Es gibt ja tatsächlich die normale Motion Und es gibt ja auch Also Unterscheidende Motion Ja, nein Ja, glaube ich Glaube ich teurer Ja, oh scheiße Nee doch Yes, ich hab's geschafft Yes Yes, I did it Mit einem Boogie Oh Gott Wo will ich denn hin? Wo fliegst du denn ganz lang? Keine Ahnung Ich hab ganz normal gemacht Viel Spaß im Glück, Luna Ja Mist Ja, ja Da ist er Und spürst du ihn? Geil Oh Gott Richtig geil reingelocht Du Komm schon, Digi Das schaffst du auch noch Mal sehen Believe in yourself Believe in yourself Ich hatte gerade Stuhlgang Entschuldigung Ja, das hab ich gehört Hat die Wände hier kaputt gemacht Die Decke Komm schon, bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Stuhlgang 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 Bla, 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 bla Irgendwelche Bla, 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 bla Oh nee, das ist ja doof Ja, geht Gibt Schlimmeres Hallo Jetzt sitzen wir alle Ziemlich schon mal zueinander Jop Also so eine ähnliche Kommt mir irgendwie Also das mit dem Kommt mir so ein bisschen Begriffen Also sowas ähnliches Ja, komm, 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 Maggie Ihr müsst das mit Gefühl machen Wenn du das noch einmal Sonst Wenn du das mit Gefühl machen musst Dann geh ich sofort raus Wer nie will seine Schwester küssen Oh Ah, gut Ah, fast geschafft Geschafft Mit fünf Schlägen Oh Gott Ja, die geht dann auch drin Und er hat auch fünf geschlagen Und jetzt rüber springen Jo, wie, bist du schon drin, Heidi, Raria? Ja, natürlich bin ich schon drin Mit zwei Schlägen Er hat zwei Schläge gebraucht Alter, du hast das Ding gerockt hier Ich weiß Okay, das sieht interessant aus Ah, das ist einfach Wie ist das noch immer denn? Ich glaube, das ist wirklich den Vorletztes Loch, meine Damen und Herren Vorletztes Loch Das war ein bisschen Energieklar Nichts bevoreilig Frisch aus erkundet Wie immer die Map Ich glaube, Frisch ist Das hier ist kein Open-World-Spiel Zum letzten Mal Nee Aber er macht es Durchaus Open-World-Mäßige Maps gibt Wo man so ein bisschen freier erkunden kann Hallo Oh, wir müssen in die Mine Das ist keine Mine Ach, du grünes Ding Ach, du Scheiße Huck ab in den Dingensgelöte Oh, das ist interessant Du hast mich angedinkselt Ich? Ja Nicht du Grusches Das war toll Das hat Spaß gemacht Warte, warte Warte, warte Ich denk's nicht Oh Das ist ähm Ich will kuscheln Trippy gerade Das ist ziemlich trippy Also wenn ihr weiß, dass es trippy ist Okay, wieso Ist jetzt die Nein Nein Was? Oh, danke Bitte Ich war Hunger bei dir Okay Na, vielleicht dich Vielleicht schaff ich's noch Thanks for playing Das ist nicht wie man Fanks schreibt Scheiße Boah, geil Ich bin noch zweiter geworden Ja Ich bin gut Nice, Alter Besser als letzter Ich sag mal mal so Wenn dich Endlich mal wieder letzter Oh, die Ägyptenflagge Wie geil Die wollte ich schon immer haben Weil ich hab Pup bekommen Kacke Yay Ich bin ja so froh Apropos Kacke Ich müsste mal kurz Wochen Ich hoffe, ich hab jetzt Der richtige Map gewidiert Kacke Ich hoffe einfach Ja Muss ich irgendwas machen? Ah, nee In the kitchen In the kitchen In the kitchen In the kitchen Da gibt's doch ein Weihnachtslied von irgendwie In the kitchen Ja In the kitchen Mit Harpe Kerkeling und Dingens Dem Toten Aber Das könnte das Ganze sein Aber bitte mit Sahne Aber bitte mit Sahne Aber Ich glaub, das ist Von denen nur gecovert Ich glaub, das ist nicht das Original Weil das hab ich schon in der Schule gesungen Ja geil Aber Hurz war doch War doch Reklevanian, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht genau Hurawai Hurawai Huraz Hieß das Lied Ja, warte Hurzawai Hurzawai So Der Wolf Das Lamm Huraz Genau Oh mein Gott Dann lachen Gänst du nicht Hurz Ich bin nicht so alt wie du Das ist doch nicht alt Doch Ist es So alt wieder So alt wieder